Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Runde Super Mario 64, ich bin froh, dass du dabei bist, sei gerüßt, hallo, auch wenn ich keine Face-Gamer habe, stell dir vor, ich winke dir gerade freundlich zu und Mario hat sich hier erstmal hingesetzt, der faule Plumper hier, der faule Klempner, also faule sei er ja nicht, wobei wir steuern ihn und heute machen wir weiter mit der umwerfenden Wasserwerft hier, da sind wir nämlich noch nicht komplett fertig. Du, ich schwimme die Ringe. Die Frage ist nämlich, an dieser Stelle, welche Ringe? Es gibt nämlich hier ulkigerweise zweimal das Ganze. Deswegen werden wir heute in der Folge mal ein kleines Déjà-vu-Erlebnis haben, aber das werdet ihr gleich schon merken. Ich wollte nur schon mal vorwarnen, ich hafte nicht für... Ähm... Ähm... Ja. Ja, ich, ähm... Also wir müssen durch diese Ringe hier schwimmen. Das Problem an der Geschichte ist nur, dass dieser kleine Diskodermikus namens Rochen hier... Andere Pläne hat, so. Das ist eine richtig miese Kacke, muss ich sagen. Da müssen wir jetzt mit Geschick rein und uns nicht ins Wasserstrüdelchen ziehen lassen. Oh, da hau ich wieder gegen meinen Schal. Mein Schal, mein Schal. Mein Schälchen meine ich natürlich. Folge dem Fisch. Ja gut, das war dann das andere. Allerdings fällt mir jetzt ganz ehrlich mal zum ersten Mal auf, dass man dieselbe Mission zweimal in einem Level hat, nur an einer anderen Stelle. Schwimmen durch die Ringe, ja, Ringe, Ringe. So, das haben wir nämlich nicht nur einmal, sondern zweimal. Naja, gut. Ich empfand dieses Level, muss ich immer sagen, als so ein Nebenlevel. Also nicht so ein Hauptlevel wie Bomb-Up oder das Lava-Level oder die Wüste oder die Giftgrotte oder spätere Level, die wir hier noch erleben werden. Die interessanten Level beginnen nämlich erst ab dem Schlossdach, würde ich fast sagen. Und da sind schon ein bisschen geschickteren Sachen gefragt. So. Ich überlege gerade, ob da noch ein interessantes oder eins meiner Lieblingslevel bei war. Oder eins, was ich mag. Also definitiv eins nicht. Das Praktische hierbei ist, durch Schwimmen heißt das Level. Und das einfache ist, man muss hier eigentlich nur stehen bleiben. Oder was auch immer man stehen bleiben sagen kann, nennen kann. So. Ich meinte natürlich, man muss nur auf der Stelle bleiben. Schon ist die ganze Sache gegessen und das Süppchen ist ausgelöffelt. So, damit kriegen wir unseren 72. Stern. Meine Güte. Ich will schon viel weniger. Wir sind ja schon viel weiter jetzt. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, wie viel die Folge das jetzt ist. Aber ich muss sagen, wir sind sehr erfolgreich. Wir haben bereits 16 Sterne. Beziehungsweise jetzt 17. Und sind gerade auf dem Weg zum 18. Schwimmer durch die Ringe und werde Herr der Dringe. Äh, Moment. Falsches Szenario. Ja, speichern und weiter. Damit haben wir da jetzt 100%. Können wir hier nur mal nachkontrollieren. Die wilde Wasserwerft 100%. Aber wir haben noch ein anderes Level, was wir jetzt, 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 tsch, 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 tsch. Das, äh, sehr vielseitig ist, muss ich sagen. So. Komm, heute mache ich nicht den Fehler und lass mich hier den Arsch abbremnen. Ne, 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 ne. No, sir. This time I'm not at this stupid. Das war wieder mal ein professionelles Englisch. Falls ihr euch manchmal fragt, dass mein Englisch auch, falls ihr meinen Stream schaut, vielleicht, ne? Ähm, warum mein Englisch so grandios ist, ähm. Ich mache das manchmal absichtlich. Ich habe jetzt auch nicht die beste Note in Englisch gehabt. Aber, äh, dafür, dass ich angeblich, äh, sehr mies war. Finde ich, bin ich, äh, sehr viel besser geworden. Nur es betrifft halt das Sprechen bei mir. Das ist das Problem. Oder auch die, äh, Aussprache. The truth. Natürlich weiß ich, dass das the true heißt. The truth. Dass man das R wie ein F ausspricht. 100 Münzen gab es hier zum Glück nicht. Bin ich sehr froh drum, weil das ist nicht mein, eins der Lieblingslevel. So, da haben wir eine rote Münze, die etwas gemein ist. Sie ist wirklich gemein. Naughty. So. Einmal hier hin und dann wieder zurück. Genau. Ja. Schwupp. Und hier haben wir natürlich wieder die Kontra in Gumba und Bully. Gumba, Bully. Ne, Bully, Gumba. Das ging, das ist ein lustiger Name. Bully, Gumba. Das wäre aber auch mal ein neuer Charakter von Mario. Äh, ein cooler Namen-Idee. Bully, Gumba, Dababitibadabumba, Bumba. Oder so eh nicht. Hättet ihr noch einen Namen? Oder welche Kombination von Mario-Charakteren würdet ihr euch vorstellen? Falls ihr keinen Namen habt, könnt ihr auch einfach sagen, dieser Kettenhund mit, äh, Bombe oder so. Shame Bomb Up. Und der heißt ja eigentlich Change Shop. So, jetzt wird es wieder knifflig heikel. Jetzt müssen wir nämlich hier oben hin. Und hier ist natürlich wieder so ein Bully-Bong. Boah, das wäre auch ein cooler Sound für Minecraft, wenn man sich irgendwie verletzt. Äh, äh. Wenn man das nicht mitkriegt, was ich hier mache, muss ich unglaublich ganz debilieren. Aber ist egal. Kann ich mit leben. Noch. Aber halt, tue ich das nicht mehr. War nur ein Witz. Ähm, so. Ja, haben wir die auch sofort nicht hier abgekauft. Das heißt, nur ein Witz war. Natürlich. Ich kenne euch doch. So, jetzt müssen wir wieder warten. Auch ein einzigartiges Element, das hier. Das muss ich gerade mal feststellen. So, damit wir nämlich hier die Münze kriegen. Die sechste Münze. Sechste Münze, bitte an die Rezeption. Äh, jetzt muss ich hier warten. Na ja, verdammt. Da war ich zu langsam. Aber man merkt schon, ich lasse mir Zeit. Ich bin mal gespannter drauf, aber ich hab, wie gesagt, ich wollte so fast jeden Mario-Teil spielen, den ich zumindest habe. Ich war am überlegen jetzt vor kurzem, ob ich mir noch 3G Super Mario World holen soll. Also nicht das für den DS, also die Game Boy-Spiele fallen generell raus. Sondern nur die Konsolen-Marios. Konsolen-Mario. Ähm. Na, hier mal anhalten. Nur zur Sicherheit. Das ist nur zur Sicherheit. Uh, das ist eine ganz brenzliche Situation hier. Gezeitsinnert. So, jetzt. Bläst du natürlich hier? Und dann muss ich wieder warten. Ähm. Ähm. Ja. Ich hab's nämlich selbst nicht gespielt. Ansonsten hab ich fast jeden Mario-Titel. Das wär so eine Überlegung, die ich hätte. Ach doch, jetzt weiß ich wieder, was da oben war. In der letzten Folge, als wir den Bowser besiegt haben. Jetzt fällt's mir nämlich gerade ein. Irgendwas war doch da oben. Ja, jetzt weiß ich's auch wieder. Das werden wir gleich sehen, was da oben ist. Dann wird nämlich der Stern auftauchen. Für alle, die jetzt gerade nicht drauf gekommen sind. Genau das war nämlich meine Idee. Äh. Da muss ich meine Brille zukommen. Und sagen, ja, ja. Experten-Gespräche jetzt auch hier. So. Akrobatische Künste. Ja, das hätte klappen können. Tats nicht. Uh, schnell nach oben, Mario. Soll jetzt nicht daran scheitern. Und dass man nichts-Skill-Fahnden ist. Mein nichts-Skill ist wieder da. Achtung, nichts-Skill. So, jetzt muss ich aufpassen, dass wir nicht zu schräg springen und damit aus dem Level fliegen. Passiert hier leider. Yeah. Unglaublich. Du hast einen weiteren Stern erhalten. Zusätzlichen. Ja, ja. Ach ja, wir müssen ja hier in den Stage. Sind die Roten, nutzen ja gar nicht das Ende des Levels. Sondern einfach nur ein Anfang vom anderen. So. Einmal ist es mir mal diesem Trichter passiert. Man kann nämlich hier zwischen dem Trichter hier oben und dem ersten Ring noch rausrutschen. Ich bin da voll reingesprungen und bin rausgerutschen und bin voll verkackt. Also. Das ist auch so eine Möglichkeit. So, dann kümmern wir uns jetzt zum zweiten Mal um Bowser. Ja. Wir challengen uns hier. Ja. Wichtig. So. Schwupp. Jetzt rutschen wir gleich. Praktischerweise können wir ja auch rausrutschen. Natürlich können wir auch so geschickt sein, uns den Dreck am Schwanze packen. Jetzt muss man nochmal eben hier. Muss ich die Kamera richten. Ah ja, falsche Kamera. Ähm, falsche Kamera, falsche Tasten, meine ich natürlich. Dick. Uuuuh. Das hätte klappen können. Jetzt muss ich nach oben rennen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So schnell da hinten hin. Bevor die Echse sich hier wieder zu schnell bewegt und wir in die Schwanzspitze nicht kriegen. Zweiter Versuch. Ah, komm. Ach, komm. So. Natürlich, wir hatten ihn eigentlich schon ziemlich am Stissel, aber ja, sagte so, ne, ne, noch nicht. Hier, warte, Mario, Absprache. Meine Güte. Ich mach's natürlich gerade ein bisschen absichtlich, Schman. Ist das eine Ausrede? Natürlich. Was glaubt ihr denn? Aber trotzdem dieses Rumgewaber ist echt ein cooler. Wah, perfekt. Ah, jetzt muss ich mich wieder um ihn drehen. Hier haben Bowser, du bist ein doller Echsenkönig. Du bist der König der Welt. Ting, 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 ting. So, ein bisschen mit Timing. Boah, so, ich hab dich nochmal besiegt. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich mach's das hier. It's time to move. It's time to move. 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 So, genug. Boah, besiegt, du Stern, unentschieden, ähm, unentschlossen. Ich dort stärker ist. Ausrufezeichen. Tja, ja. Bowser hat schon sehr viele Schichten zu erzählen. Here we go. Im Ursprung waren die Schlüsse nämlich auch große Powersterne. Wurde aber im Endeffekt geändert. Speichern und weg. So. Und damit haben wir jetzt 100%. Really? Yes. Und weil wir hier unten überall fertig sind, bis auf die Giftgrüne Grotte, die mag ich, äh, in einer der nächsten Aufnahmesitzungen, muss ich ehrlich sein, weil da brauche ich ein bisschen mentale Stärke, weil ich mag diese Giftgrüne Grotte einfach nicht. Sie ist so verwirrend. Und da 100 Münzen einzusammeln war, glaube ich, auch nicht so das Problem, aber zumindest ich mag sie nicht. Punkt. 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 Da gibt es keine Philosophie. Ja, aber du könntest, aber nein, aber ja, aber nein, aber nein, aber ja. Na, nee. Meine Entscheidung. Männliche Entscheidungen sind immer meine Entscheidungen. So. Ja, da war übrigens auch eine unsichtbare Wand, wie man gemerkt hat. Keine Ahnung, warum wir jetzt zurückgeflogen sind. Aber dem sei so. Und jetzt geht's auf nach oben. Wir haben den Schlüssel gepackt, ins Schloss gedreht und... Nächste Etage. Etage Rajomé. Jetzt müssen wir erstmal das Treppenhaus hier komplett mit Teppich ausgelegt nach oben wandern. Und hier haben wir unzählige neue Wandgemälde, neue Herausforderungen, neue Level, neue... Boom. Aber hier gibt es auch viele Level, in die wir nicht können. Hier gibt es neue Schilder, die wir vorlesen können. Es gibt neue Level, die wir spielen können. Es gibt neue Bilder, die wir nicht benutzen können. Oder was dann weniger neu ist. Ähm, ja. Ich würde sagen, wir reden erstmal hier noch mit den Toads. Toads. Baba. Baba, vielen Dank. Du hast schon sehr viele Sterne gesammelt und baust ein ein höheres Stockwehrverband. Nein, er hat sich da selbst den Verband eigentlich. Aber gut, glaub mir das. Wusstest du das eigentlich, dass du in jeder Welt einen heimen Sterne halten kannst, wenn du unabwünschen sammelst? Ja. Aber danke trotzdem, kleiner Pilskopf. Übrigens. Habe ich immer das Gefühl. Jetzt kann ich mir das nochmal nach all den Jahren genauer angucken. Als hätten die zwischen den Augen so einen roten Fleck. Ich weiß nicht warum. Ob das Sommersprossen darstellen sollen. Ich... Rötung vor Scham ist Freude oder so. Keine Ahnung. So. Hallo Mario. Du hast bereits einiges zur Rettung des Schlosses getan. Aber du musst noch viele Geheimnisse in der Wand... in Wandgemälde lüften. Manchmal spielen dir an deinen Augen einen Streich. Die Realität verschindet hinter Fassaden. Aber du kannst das Trugbild durchdringen, wenn du in den Spiegel schaust. Wasser ist ein flüssiges Element. Die Magie des Wandgemäldes beeinflusst dein Verhalten. Wasser ist ein flüssiges Element. Sie hilft dir gegen Bowser. Ja. We done it. Danke kleiner Pilsmann. Here we go. Unglaublich. Du hast ja natürlich. Den Text lese ich natürlich nicht vor. Dieser Text von dem Kleinen soll eigentlich ein Hinweis sein. Der mit dem Spiegel ist richtig und das mit dem Wasser ist tierisch verwirrend. Weil ich weiß welches Level gemeint ist und glaubt mir Freunde. Das hat nichts mit dem zu tun, was er uns da eigentlich gerade erzählt hat. So. Hier aber noch ins Schild. Vorsicht. Die Fliesen sind frisch gebohnt. Danke. Extra für Pause. Nachher Schilderaufgaben. Hm. So. Die Frage ist, welches Level machen wir zuerst? Ich würde sagen, das hier. Nein, natürlich nicht. Wir begeben uns in... Ja, ich glaube das ist mein Lieblingslevel von allen hier. Das hier. Denn das ist nämlich die Anspielung mit dem Wasser. Atlantis Aquaria. Folge den blauen Pfeilen. Oh mein Gott. Ich hab vergessen. Ja. So. Das ist einer meiner Lieblingslevel. Ganz im Ernst. Ganz im Ernst. So. Ich bin von immer mal legen. Ja, ja. Du Feuerkugel. Du. Ähm. Hm. Wie war das nochmal im Mittelteil? Wo waren denn die ganzen blauen Pfeile? Weil ob ich hier alles nach der Reihenfolge richtig machen werde, ähm, kann ich an dieser Stelle noch nicht versprechen. Weil hier kam nämlich eine Sache vor. Die kann ich auch später, werde ich dir noch zeigen. Vielleicht heute in einer Folge. Und vielleicht auch nicht. Ich stelle nämlich gerade fest, wir haben ja schon 20 Minuten. Na gut, machen wir noch den Stern hier. So. Theoretisch müssen wir nämlich hier uns draufstellen. Und die bewegen sich dann so ein bisschen in die jeweilige Richtung. Oh, voll ins Gemüse. So. Aber in der Regel kommt man ja auch anders hin, was viel, viel kürzer ist. So. Sammeln wir noch den Stern ein und in der nächsten Folge erzähle ich euch dann dieses Geheimnis von diesem Level. Yeah. Folge den blauen Pfeilen. Voll easy, voll easy, voll easy. So. Aber auf diesem Wege, wie gesagt, macht man das normalerweise nachher nicht mehr, wenn man das schon öfter gespielt hat. In diesem Sinne bedanke ich mich für's Zusehen und bis zur nächsten Folge und dann erkläre ich euch ein zeilenes Geheimnis. Ciao. Geheimnis. Bis zum nächsten Mal. Geheimnis.